Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal wieder was fast aus dem Dutch Oven, wir brauchen heute Dutch Oven, wir machen noch ein bisschen mehr. Wir machen heute Chili Corn Pulled Pork Wraps. Was wir da alles zu brauchen, ist ein bisschen was heute. Seht ihr natürlich wieder jetzt, also kommt mit. Und hier haben wir unsere ganzen Zutaten und ihr seht, das ist schon ein bisschen was. Und wir haben hier Pulled Pork, das ist bei mir beim letzten Mal Pulled Pork machen übrig geblieben. Also ich mache immer ein bisschen mehr, ich möchte ja gerne mal was ein bisschen Froster haben, wenn man mal schnell Bock drauf hat. Das Ganze könnt ihr einfach einfrieren, auftauen, in warmes Wasser legen und ihr könnt es einfach wieder so genießen. Oder ihr verarbeitet es so wie wir heute. Wir machen nämlich heute einen Chili Corn Pulled Pork. Wie wir das machen, seht ihr jetzt, die ganzen Zutaten findet ihr natürlich wieder unten in der Infobox. Ja, dann lasst uns mal loslegen. Hier hinten die Kohlen sind schon am vorheizen. Geschnippelt habe ich schon alles, also müssen wir gar nicht mehr viel machen. Wir warten jetzt bis die Kohlen durch sind, dann wandert der Dopf drauf und dann treffen wir uns da wieder. So, den Dopf haben wir jetzt aufgestellt, erstmal auf direkte Hitze. Jetzt geben wir ein bisschen Olivenöl rein. So, unser Öl dürfte jetzt langsam heiß werden. Da kommen jetzt hier unsere Zwiebeln rein. Unsere Paprika. Und unsere Bohnen. Und das Ganze braten wir uns jetzt erstmal schön an. So, jetzt haben wir das Ganze ein bisschen angeschmort. Jetzt kommt unser Mais dazu. Und unser Pulled Pork. Wie gesagt, das ist vom letzten Mal schön einvakuumiert, eingefroren. Und dann habt ihr immer was da, genau für solche Sachen hier. Das braten wir uns jetzt auch alles noch kurz mit an. Und dann geht's weiter. So, wir haben das Ganze jetzt so ungefähr 6-7 Minuten ein bisschen mit anbraten lassen. Das soll jetzt gar nicht so krass angebraten werden. Einfach nur, dass das Pulled Pork wieder schön Wärme aufnehmen kann. Das andere noch ein bisschen mitschmort. Und jetzt geht's weiter mit Flüssigkeit. Diesmal gibt's nicht ganz so viel Flüssigkeit. Wir wollen das Ganze ja ein bisschen dickflüssiger halten, dass wir das auch in schönen Wraps packen können. Deswegen kommt jetzt eine Dose von unseren gestückelten Tomaten dran. Dann kommen unsere passierten Tomaten dran. Mengenangaben kriegt ihr natürlich zu allem wieder unten in der Infobox. Und dann kommt jetzt noch ein bisschen Pulled Pork ran. Wir wollen das Ganze ja schon so ein bisschen in der Barbecue-Style halten. Auch nochmal so 100 Milliliter würde ich sagen. Können hier gut ran. So, das Ganze verrühren wir jetzt. Und dann darf das Ganze mal ein bisschen vor sich hin köcheln, das Ganze. Wir bauen jetzt gleich um hier auf indirekte Hitze. Wir werden die Kohlekörper nach außen schieben. Jetzt darf das Ganze aber erstmal schön aufköcheln. Jetzt hier auf der direkten Hitze. Und dann bauen wir das Ganze um. Und dann soll das schön ziehen, das Ganze. Hier kommt jetzt schon ein Duft hoch. Jetzt fehlt noch Gewürz. Und da habe ich hier meine eigene Chili-Con-Karne-Gewürzmischung. Wenn ihr die wollt, steht unten in der Infobox. Könnt ihr euch anmischen. Könnt ihr auch anpassen, wie ihr das wollt. Ich gebe jetzt noch nicht alles rein. Wir tasten uns da ran, wie viel wir später drin haben wollen. Da können wir am Ende ja noch ein bisschen nachhefen. Boah, ein Duft, ich sag's euch. So, wie gesagt, das lassen wir jetzt zwei Minuten so stehen. Dann bauen wir um. Und dann geht's weiter. So, das Ganze hat jetzt ein bisschen Schub gehabt. Jetzt holen wir das runter und bauen jetzt erstmal um. Und dann geht's weiter. So, jetzt kommt der Dopf wieder drauf. So in den indirekten Bereich. Und ihr habt jetzt mal gesehen, für was man so einen Deckelheber noch alles benutzen kann. Da kommt jetzt auch der Deckel von unserem Dutch Oven erstmal wieder drauf. Deckel drauf. Jetzt machen wir hier zu. Und jetzt darf das erste vor sich hin köcheln. Na? So. Jetzt darf das Ganze erst noch vor sich hin köcheln. Und wir treffen uns am Tisch wieder. Und da wir ja Wraps machen, müssen wir jetzt noch ein bisschen unsere Wraps vorbereiten. Wir lassen die ja nicht einfach so. Ich hab jetzt hier ein bisschen Öl. Also Olivenöl. Das sind ungefähr so zwei, drei Esslöffel. Und da kommt jetzt hier ein bisschen Hot Sauce. Da könnt ihr Tabasco oder irgendwas, was ihr gerade habt. Also ich hab jetzt hier was anderes. Das ist sogar mit geröstetem Knoblauch drin. Ist nochmal ein Tick geiler, aber tut's auch normal. Und da kommt jetzt nochmal, ja, so ein halber Esslöffel kommt mit in das Öl. Je nachdem, wie scharf ihr das haben wollt. Und was wir damit jetzt anstellen, zeige ich euch ein bisschen näher, als ihr kommt rüber. So. Ich hab das Ganze schön eingepinselt und hab dabei gequatscht und alles. Und, äh, ja. Aber nicht auf Aufnahme gedrückt. Also, meine Schuld. Das sind jetzt die fertig eingepinselten Tacos. Und die wandern jetzt mit auf den Grill und dürfen jetzt erstmal ein bisschen ausbacken. Die sollen so ein bisschen kross werden, bevor wir die gleich füllen. Ja. An dem Topf geht's auch nochmal weiter. Ihr habt bestimmt gesehen, hier gibt's noch ein bisschen Schokolade. Die kommt am Ende noch mit rein. Ja. So, ansonsten ist nicht mehr so viel zu tun. Wir warten jetzt auf das Chili, bis das schön durchgezogen hat. Und bis hier unsere Tacos schön aufgebacken sind. Also, ab an den Grill. So, wir haben jetzt hier unsere Tacos und die stellen wir uns auch hier in den indirekten Bereich hier vorne. Ein bisschen beobachten. Nicht, dass die außen zu schwarz werden. Mal gucken, ob wir die vielleicht gleich ein bisschen wechseln in den Fächern. Die sollen gleichmäßig ausbacken. Wir machen jetzt erstmal nochmal zu und lassen das Ganze ein bisschen backen. Sehen wir uns gleich wieder. So, unsere Tacoshells kommen jetzt langsam dem Ende entgegen. Wir wollen sie nicht komplett hart backen. Wir brauchen ja schon noch ein bisschen Flexibilität. Deswegen so ein bisschen brauchen wir noch. Das lassen wir denen auch. Die holen wir jetzt runter. Ihr seht am Rand sind die schon schön kross. Jetzt geht's nochmal am Topf weiter. Den ziehen wir uns jetzt mal ein bisschen hier vor. Machen wir den Deckel nochmal ab. Und es blubbert so wie es soll. Sehr schön. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Bitterschokolade. Die kommt hier mit rein. Das gibt nochmal so einen richtig schönen Kick am Ende. Die verrühren wir uns jetzt runter. Lassen es dabei jetzt aber offen köcheln hier. Dass wir auch noch ein bisschen Flüssigkeit verlieren. Dass wir nicht zu viel Flüssigkeit am Ende drin haben für unsere Wraps. Und dann sind wir fertig. Dann dürfen wir gleich noch ein bisschen abschmecken. Einfach noch ein bisschen was vom Gewürz dran machen. Ja und dann können wir schon fast zusammenbauen. So ich habe jetzt gerade nochmal abgeschmeckt. Und es kann wirklich noch von unserem Gewürz dran. Und ich denke die Menge die ich gemacht habe hier. Ist genau richtig gewesen. Dem geben wir jetzt nochmal eine Minute. Und dann holen wir es runter. So unser Chili ist fertig. Wir können das Ganze jetzt runter holen. Stellen uns das jetzt hier hin. Und dann können wir jetzt anfangen unsere Wraps zusammen zu bauen. Also kommt rüber. Machen wir zusammen. So dann bauen wir mal zusammen würde ich sagen. Und wir nehmen uns hier einen von unseren Wraps. Und ihr seht die sind knusprig. Aber sind noch so dass man sie ein bisschen bewegen kann. Also genau so wie sie sein sollten. Jetzt geben wir hier als erstes unten von unserem Salat rein. Da könnt ihr jetzt nehmen einen Salat was ihr gerne hättet. Ich habe jetzt hier Eisbergsalat. Da könnt ihr aber nehmen was ihr wollt. So und dann kommt jetzt als nächstes hier unser Chili rein. Das Schöne an dem Chili ist. Ihr könnt das jetzt nicht nur hier in Wraps essen. Ihr könnt das auch einfach so essen. Oder ihr macht auch noch irgendeine andere Beilage dabei. Und ihr könnt das auch morgen noch essen. Morgen schmeckt das wahrscheinlich sogar noch ein Tick besser als heute. So sieht es jetzt schon mal fertig aus. Wenn man das Ganze so haben will. Jetzt haben wir aber hier auch noch ein bisschen Creme Fraiche. Die ich mir ein bisschen dünner gemacht habe mit Milch. Also wer das jetzt noch will. Kann sich jetzt hier noch ein bisschen Creme Fraiche drauf machen. Und wer dann immer noch nicht genug Schärfe hat. Ich habe hier noch ein paar Chili Flocken. Und so ist unser Chili Corn Pulled Pork fertig. Und wir können den essen. Ich mache jetzt noch die anderen. Und dann sehen wir uns wieder. So jetzt haben wir das Ganze fertig gebaut. Was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen es probieren. Also ich opfere mich mal wieder schweren Herzens. Nur für euch. Und nehme hier einen von den Wraps. Läuft schon aus. Einmal für euch. So ich muss erst mal fertig essen. Ist das geil. Das ist richtig lecker. Also. Ihr müsst nicht Chili Corn Carne machen. Wenn ihr Pulled Pork übrig habt. Macht das. Das ist unfassbar. Das ist richtig geil. Das zarte Fleisch da drin. Ist das geil. Also auf jeden Fall auch die Kombination mit den Wraps hier kommt richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Macht es mal nach. Schreibt mal in die Kommentare wie ihr das fandet. Macht ihr auch sowas? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Macht ihr es ein bisschen anders da? Schreibt es mal rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr ein Abo da lasst. Und einen Daumen nach oben. Dann verpasst ihr die nächsten Rezepte nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Rezept wieder. Euer Markus und Barbecue Culture. Und tschüss. Und ich darf das jetzt essen.